Ich appelliere an Ihren Teamgeist. An Ihren Zusammenhalt. Ohne Zusammenhalt gibt es kein Team. Und ohne Team ist man allein. Du hast dir das falsche Team ausgesucht, Kumpel. Polizeikontrolle. Was macht ihr hier? Wir warten auf den Bus. Ihr wartet auf den Bus, ja. Das riecht nach Hasch. Ey, hör auf, schon gut. Was machst du da? Ich filme sie, das dürfen sie nicht. Hör auf damit. Nein. Jetzt zufrieden? Das hier ist unser Leben. Du bist neu, wir sind schon seit zehn Jahren hier. Wir sind die einzigen, die Sie respektieren. Da sind sie, schnell weg hier, los! Das ist kein Respekt. Die Leute haben Angst vor euch, das ist alles. Worum geht's? Die wurde ein Löwe geklaut? Ja, mach den kleinen Druck, wir müssen den Löwen finden. Nein, das ist so nett, schau mal, kann ich... Hört still! Ihr werdet die Wut und die Schreie nicht verhindern. Verdammt! Uns hat so eine scheiß Drohne gefilmt. Was interessiert mich, die scheiß Drohne? Der Junge ist bewusstlos. Dieses Video kann die gesamte Einheit zu Fall bringen. Was ist denn euer Problem? Was ist euer scheiß Problem? Das Gesetz bin ich! Was willst du mir damit sagen? Dass es ein Unfall war? Die Kleinen lassen mich locker. Ist ja nicht eure Schuld. Wie immer. Sie haben auch allen Grund wütend zu sein. Nur so hört man ihnen zu. Du gehst zu weit! Du hast nicht den richtigen Spirit für die Einheit. Weil ich nicht Kauber spielen will? Nein, genau darum geht's. Das ist kein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel.